Hallo und herzlich willkommen zum fünften Teil unseres Conan Exiles Survival Guides und heute soll es mal um etwas Erbauliches gehen, denn wir werden unsere Hütte bauen oder unser Domizil vielleicht besser. Ich habe mal was vorbereitet und zwar habe ich mir mal Holzkisten gebaut. Übrigens, das wollte ich an der Stelle auch mal sagen, weil es ja auch ums Bauen geht. Holzkisten hier kosten zwar zwei, aber sind unumgänglich, denn man kann nicht so viel tragen, wie man gerne möchte und Holzkisten sind da schon eine sehr große Hilfe. Eigentlich gedacht für Behausung, aber da ich die jetzt erst baue, die Behausung, habe ich die Holzkisten einfach mal hier vorne hingestellt. Ihr seht, ich habe mittlerweile auch ein anderes Lagerfeuer. Ich bin ganz woanders übrigens. Warum? Weil ich gestorben bin um ein, ja, klassisches, also da muss ich gleich mal sagen, klassisch, bitte, wenn ihr die Matten hinlegt, bitte E drücken zum Aktivieren, sonst findet ihr nie wieder zurück. Naja, wieso lässt ich mich hier nicht hauen? Egal. So, also ich habe jetzt was vorbereitet. Ich habe hier mal ein paar hundert Steine zusammengehauen und wir wollen, wie gesagt, ein Haus bauen und dafür brauchen wir wieder mal Rezepte. Ich habe zwei Rezeptpunkte übrig und würde das gerne investieren und zwar in Steinmetz. Und wenn ich Steinmetz mache, habe ich die Möglichkeit, ein Sandsteinfundament, eine Sandsteinmauer, Sandsteindecke, ein Sandsteintürrahmen und so ein paar andere Sachen zu machen. Also das hier ist quasi alles, um so ein Standardhaus zu machen. Später kann man hier noch eine Treppe, einen Rahmen, Keilblöcke, Steinzaun und so weiter erlernen. Aber tatsächlich für das, was wir jetzt wollen, reicht genau dieser Punkt. So, und wie man sich vorstellen kann, wenn es um Sandsteinrahmen und so weiter geht, brauchen wir auch viele Sandsteine. Aber das habe ich ja. Und jetzt ist halt nur die Frage... Ach ja, Holz brauchen wir vielleicht auch. Das wäre nicht schlecht. Und jetzt ist nur die Frage, wo bauen wir es hin und wie groß wird es? Und bevor wir diese Frage klären, werden wir uns erstmal... Da kommen schon Gegner. Die Stelle hier ist putzig. Ab und zu stehen hier mal... liegen hier mal tote NPCs. Warum? Weil hier so ein Komponente rumläuft. Oh, total. Übrigens, was ich noch gar nicht erklärt habe, ist... Ich kann die Gegner nicht nur ausweiden, sondern auch looten. Oh. Und... Dieses Looten bringt öfter mal Ressourcen. Das ist dann ganz nett. Jetzt brauche ich was zu essen. Fleischwetzen. Und vielleicht ein paar Insekten kommen. Hm. So. So, da vorne war da noch einer, ne? Ja, genau. Nein. Ähm. Natürlich. Sehr ungünstig, ausgerechnet. Aber ich habe es geschafft. Guck mal, was da vorne ist. Auch Holz. Ja, Holz ist ja ganz gut. Und ich habe mir gedacht, so von der Location her zum Bauen, wäre das doch hier ganz nett, wenn man das vielleicht da einbaut. Denn, ähm, eine Sache, man sollte, wenn man auf dem PVP-Server ist, vor allen Dingen, möglichst wenig Wände haben. Also wenig Angriffsfläche bieten. Ähm, also hier zum Beispiel, wenn man hier an die Wand baut, dann ist man von hinten quasi kaum noch angreifbar. Dann hier die Nähe zum Wasser, was echt gut ist. Ansonsten Holz drumherum. Ja, was will man mehr? Also ich denke, das ist kein schlechter Ort. So. Wir brauchen jetzt deutlich mehr Holz, als ich gedacht habe. In der Zwischenzeit können wir noch ein paar Fundamente bauen. Vier gehen. Naja, wobei, so viel Holz brauche ich auch nicht. Das ist ja gar nicht wahr. Ein Punkt ist noch verfügbar. Aber das ist für ein anderes, für eine andere Folge gedacht. Gucken wir mal, wieviel. Wieviel Fundamente wir brauchen. Ich würde sagen. Hm. Was würde ich denn da sagen? Das ist eine gute Frage. Drei mal drei ist zu klein. Drei mal vier vielleicht. Vier. Ja, zwölf. Vier mal vier, sechzehn vielleicht. Gucken wir mal. Oh, eine Stufe aufgestiegen. Nur durch das Craften von Fundamenten. Was ist los? Was ist passiert? Er hat mich hier angestupst. So, dann mal zurück. So, ihr wählt also das Fundament aus. Er sagt dann hier, Fundament, bla bla. Das Fundament kann man drehen. Und man kann mit Shift, also geschickter Shift-Taste und Mausrad auch die Höhe des Fundaments ändern. Ja, das wissen die wenigsten. Jetzt wisst ihr es. Und. Wir beginnen. Zack. 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 Ja, ja, das sieht aber irgendwie schief aus. Zack. 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 Das ist so genau, wie ich das möchte. Ich bin mir zu sicher. Oh. So, das ist jetzt drei. Eins, zwei, drei, vier. Also, was ist denn das? Sind das zwölf? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die sind wieder 15, genau. Ja, das sieht schon nicht schlecht aus. Aber dadurch, dass jetzt die Wand hier so krumm war. Sieht ein bisschen mickrig aus. Könnte irgendwie noch ein bisschen mehr vertragen. So, ein Lagerfeuer ist natürlich jetzt eher störend als nützlich. Ja, komm mal. Hallo. Oh Gott. Das Schild, das sage ich euch gleich, das Schild ist eigentlich für den Hintern. Weil auch der Rückstoß, der durch das Schild entsteht, der ist einfach zu gering. Ah nein, nicht. Give all, take all. Was ist jetzt los? Wer kommt? Wer will was? Oh, noch einer von der Sorte. Ihr merkt, die sind nicht ohne. Also, die machen schon Schaden. Und ich sehe, dass ich jetzt hier gleich eins auf den... Oh Gott, ich sehe aus, ne? Ich habe auch gar keine Kleidung mehr an. Und das ist übrigens auch ein Hinweis in dem Spiel. Bevor ich jetzt hier raus erzähle, ich muss schnell looten. Take all. Und, was ich auch mache, ich aktiviere gleich meine nächste Matte, falls ich nochmal sterben sollte. So, also schnell mein Schwert. Und dann gibt es... Und dann gibt es Mordes hier. Ja, der hatte ich nicht. Das finde ich gut. Und dann gibt es auch noch ein paar Jahre alt. Und dann gibt es auch noch ein paar Jahre alt. Und dann ist es so, dass man seine Ausrüstung schnell verliert, weil die Sachen kaputt gehen. Und dann einfach hier auf Repair drücken. So. Und dann doppelt klicken. Und dann zieht er den ganzen Krempel wieder an. Da. Gut. Ich wollte noch mindestens vier Fundamente bauen. Aber nicht mehr genug Stein. So ein Unglück. Ja, das ist natürlich alles, aber wie in jedem Crafting-Game, eine ziemliche Fleißarbeit hier. Wenn ihr solche Pflanzen seht, solche wie diese hier, die kann man quasi spalten. Und dann ist da so eine Art... Oh. Da ist da so eine Art... Kommt jemand? Heilpflanze drin. Die kann sicherlich noch verarbeitet werden zu irgendwas. Wir haben unsere Fundamente. Leider wird es jetzt nur gleich Nacht. Das ist nicht so schön. Aber ich habe eine Fackel. Das soll uns nicht aufhalten. Wenn wir erstmal so eine heimlige Behausung haben. Ach, das wird schön. Also, eine Schicht tragen wir noch auf. Eins, zwei, drei. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, natürlich reicht ein Fundament nicht aus. Wir brauchen mindestens neue Wände. Wir brauchen mindestens neue Wände. Wände macht man damit. Die brauchen auch nicht ganz so viele Ressourcen. Aber leider immer noch genug. Und natürlich... müssen wir das gesamte Haus von allen Seiten mit Wänden umgeben. Jetzt brauchen wir einige Wände. Nur viel können wir nicht herstellen. Warum? Weil wir keinen Stein mehr haben. Ich habe schon einiges vorproduziert. Aber die Fundamente waren halt doch teuer. Und ihr seht, mit was für einem Rotmaterial ich arbeiten muss. Kann ja nichts werden. Dann fangen wir mal an mit den Mauern. Also, das hier ist eine Außenseite. Also, das hier ist eine Außenseite. Na toll. Ich habe Seiten vertauscht. Das ist nicht so schön. Und Stein brauchen wir. Übrigens, alles kann man nicht mit Wänden verkleiden, ist klar. Denn... Wir brauchen auch eine Tür. Und dann, ich glaube, eine Wand einen Türrahmen einbauen. So. 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 Ich denke, wir machen das so. Hier. So. 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 Jetzt fehlt es an Ressourcen. Wieder an Steinen natürlich. Das ist klar. Oh. Was passiert? Wenn man längere Zeit die E-Taste drückt, kann man natürlich auch solche Sachen wieder zerlegen. Man kriegt aber nicht alle Ressourcen zurück. Das dürfte dann aber auch klar sein. Gut, wie viele Steine haben wir denn? 21. 20, das ist nicht viel, das reicht nicht ganz. Wir bauen noch ein bisschen ab. Da hinten gibt es ja viel Stein, aber da muss man aufpassen, da ist das Krokodil unterwegs. Das hatte ich schon mal auf dem Kieker, als ich hier den Stein abbauen wollte. Und mit dem Krokodil ist nicht gut, Kirschen essen, das kann ich euch sagen. Junge, Junge, mit dem Krokodil macht ein Biss, ist schon ein Viertel Energie weg. Ja, das Hacken ist des Craftes Lust. Kennt ihr vielleicht? So. Oh, kein Krokodil in der Nähe. Das finde ich ja ganz gut. Gibt es euch was? Ah, da ist es! Nee, nee. Oh, oh, das diskutiert sich auch noch. Das ist ja eine miese Sache hier. Ach, jetzt gucken wir auch noch die Penner. Aber die greift sich ja gerne auch gegenseitig an. Wie gesagt, das Krokodil hat ja schon einige von denen niedergemetzelt. Leider habe ich noch keine Tür. Ah! Vielleicht kann ich das Krokodil zu denen locken. Das wäre mal ganz witzig, finde ich. Oh, Mann, ey. Nerven. Ah! Geschafft. Gut. Nu, wo ist das Krokodil? Das Krokodil ist auch tot. Ja, das ist natürlich vom Feinsten. Dann nehmen wir es gleich mal aus. Dann seht ihr eine weitere Sache, die interessant ist. Krokodile und andere größere Tiere haben schmackhaftes Fleisch und dicke Haut. Also quasi das hier. Und das hier. Das ist nochmal ganz speziell, wenn man das verarbeitet, das Fleisch. Das gibt richtig schöne Steaks. Und diese dicke Haut. Ja, ich denke mal, das wird wahrscheinlich für besondere Kleidungsstücke sein. Die ich jetzt noch nicht bauen kann. So, wir machen jetzt die Decke fertig. Was fehlt denn noch? Oh, es fehlt nochmal noch ein. Eins, zwei, drei, vier. Gut, es fehlt noch echt viele. Das ist natürlich unschön. Drei, um genau zu sein. Ne, zwei. Ah, wir haben es. Die Behausung ist fertig. Ich wollte schon sagen, die Burg. Die Behausung ist fertig. Aber ihr merkt, es fehlt noch eine entscheidende Sache. Nämlich unsere Tür. Und das ist aber auch gleichzeitig das große Einfallstor. Aber vor allen Dingen im PvP, weil die Tür ist Holz. Naja, könnt ihr euch vorstellen, dass sie schon reingeschlagen ist. Allerdings kommt man in so eine Behausung nicht mit Tier 1 Waffen hinein. Also mit so einem Steinschwert geht es nicht. Aber mit dem höchst höheren Schwert beispielsweise nicht immer das problemlos einschlagen. Könnte ich mal kurz was futtern. So. So, das reicht auch für unser Würden brauchen wir noch. Hat das gedacht. Wird schon gleich dunkel. Und dann können wir die erste Nacht heute in dieser wunderbaren neuen Behausung verbringen. Finde ich schön. Und hier können wir jetzt auch allerlei Zeug reinstellen. So Werkbänke und sowas. Das einzige, was mich irritiert, hier ist das Gras, was hier überwächst. Und, ihr seht, links habe ich jetzt so ein Symbol, das heißt Zuflucht. Das findet man nicht nur in der eigenen Behausung, sondern auch an anderen Stellen, die so ein bisschen geschützt sind. Habe ich das hier irgendwo da zum Beispiel jetzt gerade gezeigt? Zuflucht. Das sind Orte, bei denen man vor Sandstürmen geschützt ist. Das hier zum Beispiel auch. Waren das jetzt da, ne? Also Sandstürmen hatte ich noch nicht gehabt, aber das soll wohl vor Sandstürmen helfen. So. Jetzt kommt die letzte Komponente. Und dann haben wir es. Zack. Da schaut her. Da lacht die Koralle. Okay. Dann denke ich, war es das für diesen Teil. Der ist etwas länger geworden, aber das Haus ist auch ein bisschen größer geworden. Auch das muss man sagen. Ich bin ganz stolz drauf. Sieht zwar scheiße aus, aber stolz bin ich trotzdem. In diesem Sinne, bis zum nächsten Teil und gute Nacht. Teule. Und da war es mir. Und da war es mir. Und da war es mir. Ich habe es mir. Vielen Dank.